Ciao, ihr wunderschönen Menschen und willkommen zu Dying Light mit dem Tiny Chris. Wir haben eine Menge Spaß. Es bleibt spannend und wenn ihr mehr von mir und dem Tiny Chris sehen wollt, dann könnt ihr gerne Dark Souls von uns beiden anschauen. Da haben wir ganz viele tolle Sachen gemacht. Das findet ihr unten in der Beschreibung. Bestimmt nicht. Königkeit braucht ihr nicht. Habe ich bestimmt noch alles an. Königkeit ein... Oh, nice. Nein, macht es doch nichts. Ich habe eine Fackel geworfen und die Gegner in Brand gesteckt. Wohlfüßen. Au, au. Ja, vielleicht suchen wir den brennenden Leichnam. Nicht schlecht. Das ist ja wichtig. Oh, wie cool. Ah, wie schlecht das Giftgas. Wenn du den auf den Rücken haust, dann explodieren sie. Ich glaube, der eine brennt schon, oder? Ah, hier. Okay, jetzt will ich weggehen. Er schriegt. Ja. Okay, nice. Oh, Gott. Oh, oh. Oh, oh. Wollen wir jetzt da alle hinrennen? Oh, shit. Das ist ja ein Zombie hinter mir. Ich dachte, du bist es. Das ist belöschen. Ja, erstmal austreten, das Feuer. Alter. Das hält sich nicht aus. Das ist ja Wahnsinn, hey. Jetzt. Ah. Halbtot. Nice. Durch den ganzen Tunnel wird der jetzt getreten. Ja, was machen wir mit dem? Er tut uns nichts. Ach ja. Oh, Sicherheitszone? Ich gehe mal lieber. Wusste ich nicht, dass das jetzt schon hier verändert wurde. Tut mir leid. Hier habe ich nichts mehr verloren. Da fliegt der jetzt runter. Ja. Das ist ja wie beim Fume-Night. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Komm her. Komm her. Ah. Nice. Ist der tot? Nein. Noch nicht tot? Ich sehe dich einschlagen. Ja, der ist tot. Okay. Den kloppen wir jetzt in das Haus da rein. Der kommt jetzt da rein mit uns. Ich nehme nur eine mit. Du bist so deser dummer Typ, ey. Nur eins. Hat 50 Waffen dabei, 100 Kilo Kaffee und nimmt nur eine kleine Flasche mit. Und verbrennt auch nur ein blaues Ding. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Knapp daneben, Mensch. Au. Ziemlich in der Nähe. Au. Ja, du verlierst doch Leben, wenn du einen Dropkick machst. Aus welcher Höhe auch immer. Ich habe es gerade getan. Ja. Ich auch. Nein, ich bin tot. Nice. Alle drei tot. Und, ja, ja. Nice. Das war gut. Jetzt muss ich den Upload abbrechen. Ah, den Upload. Das hat ja schon gigantisch 8%. Wir sehen uns in 40 Sekunden wahrscheinlich. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 60, 61, 62 Sekunden, Tiny Chris. Ja, es waren Windows-Updates zu meiner Verteidigung. Natürlich. Ernsthaft? Es waren wirklich Windows-Updates. Ah, krass. Ich wusste, dass du mir zählst. Ah, ha, ha, ha. Hier bei dem... Ach, ja, genau. Oh, wie cool. Oh, der hat ihm einen Dropkick gegeben. Wie cool. Oh, nein. Ist das traurig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier sind Blumen gepflanzt und hier ist ein Grabstein aus Holz mit einer Hundepfote und da steht Farfick drauf. Oh, mein Gott. Jetzt ist dein Hund gestorben in dem Spiel. Oh, ich hasse das Spiel. Oh, das kann noch nicht sein, oder? Oh, das war bestimmt dein Benzinkanister und das war bestimmt noch meiner Benzinkanister. Hier hat fliegt genau, dass wir sie ihm zu dir gepfangen haben. Nice. Alter, wie nah der da steht, wird mir nicht die Schlechte. Oh, die treten, nee, nee, hört sich auf, jetzt. Wow. Hey, hilf mich aus, bitte. Ich habe alle drei mit Excalibur weggeschleudert und mit Fetzen zerrissen. Danke.